Es kann natürlich vorkommen, dass du nicht von jedem Hochzeitsgast oder von jedem Familienmitglied schon ein Foto hast oder dass du einfach nicht gleich verraten möchtest, was du für die Hochzeit planst, war eine Überraschung. Dann haben wir einmal den Sticker-Link für dich, den findest du hier unten. Und hier oben siehst du dann schon, wie viele Gäste schon Fotos geschickt haben. Und du kannst natürlich, wenn du nicht gleich sagen möchtest, okay, es geht über den Designer von Stickerstars, das wäre dann natürlich, das hätte sich dann, würde dann so aussehen, dann würden deine Gäste natürlich schon sehen, okay, Designer, Stickerstars, und das kann man ganz schnell googeln, was das ist. Du kannst natürlich aber auch hier den Überraschungsmodus aktivieren. Das heißt, du kannst auswählen, welcher imaginäre Link angezeigt werden soll für deine Gäste, damit sie zu dem Foto-Uploader gelangen. Und das ist natürlich einer von diesen drei, kannst du aussuchen. Und da wissen deine Gäste natürlich nicht, okay, was ist geplant. Sie wissen aber natürlich, es wird ein Foto benötigt. Dann kannst du hier noch deinen persönlichen Text anpassen, ganz wie du möchtest, klickst auf Speichern, dann aktualisiert sich das hier oben ganz automatisch. Und dann kannst du hier einmal draufklicken, dann kopiert er den Link und du kannst ihn an all deine Gäste, Verwandte und Freunde per E-Mail, WhatsApp oder wie auch immer schicken und sie können die Fotos automatisch hochladen.